Moin Moin, ich bin Christopher von ChinaMobileMac.de, heute mit einem genauen Blick auf das Xiaomi Mi Pad 2. Dieses Tablet stellt die zweite Generation der Xiaomi Tablets dar und verändert so einiges, sowohl in Sachen Hardware als auch in Sachen Design. Das beginnt schon bei der Verpackung, diese ist exakt so gestaltet wie die des Redmi Note 3, nur eben größer. Am Lieferumfang hat sich aber trotzdem nichts geändert, hier bekommt ihr ein Netzteil und ein Ladekabel in USB-Typ C-Ausführung. Das Xiaomi Mi Pad 2 sieht seinem Vorgänger von den Grundzügen hier ähnlich, ist aber trotzdem ganz anders. Grund dafür ist, dass Xiaomi sich hier vom Polycarbonat verabschiedet hat und stattdessen auf Metall setzt. Dieses zeigt sich bei meinem Testgerät in dezent goldener Farbe, ist aber auch in Grau erhältlich. Das Metall lässt das Tablet übrigens nicht nur hochwertiger wirken, es macht das Gerät auch deutlich stabiler. Dass es nahezu unmöglich ist, das Tablet im Alltag verbogen zu bekommen, muss ich denke ich nicht erwähnen. Die Verarbeitung des Tablets ist Xiaomi in meinen Augen sehr gut gelungen. Es gibt hier keine Spalten, knarzenden Kanten oder schlecht verarbeitete Ecken. Alles ist fest an seinem Platz, inklusive der Hardware-Tasten und auch die Touch-Buttons. Und die Status-LED sind sehr präzise beleuchtet und weisen kein Light-Bleding auf. Gibt es auch etwas, das mich stört? Ja, die Bildschirmränder. Diese sind mir nämlich, ihr werdet es kaum glauben, zu schmal. Ich finde, bei einem Tablet dürfen ruhig etwas dickere Ränder vorhanden sein, denn man will das Tablet ja auch bequem in der Hand halten können. Weiterhin stört mich das Gewicht etwas mit 355 Gramm, bringt das Mi Pad 2 für ein 7,9 Zoll Tablet schon einiges an Gewicht auf die Waage. Das wird aber durch die extrem geringe Gehäusedicke wieder kompensiert, denn diese beträgt lediglich 6,95 mm, was denke ich ein echt guter Wert ist. Das Display macht das Mi Pad 2 im Betrieb zu einem echten Blickfang. Das Panel ist 7,9 Zoll groß und löst trotzdem mit einer sehr hohen Auflösung von 2048x1536 Pixeln auf. Zusammen mit der UGS-Technologie wird hier ein sehr scharfes Bild mit minimalen Spiegelungen erreicht. Der Kontrast und die Schwarzwerte des Panels können sich auch absolut sehen lassen, genau wie die Farbwiedergabe, welche sehr intensiv und lebendig, dennoch aber nicht übertrieben wirkt. Insgesamt handelt es sich hier um ein wirklich perfektes Display, welches stets gut ablesbar ist und bei Bedarf dank entsprechenden Einstellungen auch an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden kann. Und der Digitizer, auch hier habe ich keinerlei Kritikpunkte. Der Touchscreen reagiert stets einwandfrei und ohne jegliche Verzögerung. Die Oberfläche ist glatt, kein Fingerabdruckmagnet und noch dazu kratzfest. Ganz ehrlich, was will man mehr? Als nächstes wenden wir uns der Ausstattung des Tablets zu und nach den bisherigen Lobeshymnen gibt es hier das erste Mal ordentlich Kritik. Grundsätzlich ist das Tablet ja recht gut ausgestattet, denn es kommt mit einem Intel Atom X5 Z8500X86 64-Bit Quad-Core-Prozessor daher. Dieser taktet auf bis zu 2,24 GHz und verfügt über eine leistungsstarke GPU, welche mit der hohen Displayauflösung gut fertig wird. Leider bringt einem dieser leistungsstarke SOC nicht sonderlich viel, denn Xiaomi hat hier ein paar grundlegende Fehlentscheidungen getroffen. Erstens, was zum Teufel hat man sich dabei gedacht, als man die verfügbaren Varianten ausgedacht hat? Jetzt mal ganz ehrlich, nicht mal mir, der mobil eigentlich nicht viel Speicher benötigt, reichen 60 GB in einem Tablet. Diese Version ist also im Grunde total unnütz, denn erweiterbar ist der Speicher nicht. Somit sollte man hier unbedingt zu 64 GB Version greifen. Leider gibt es das Mi Pad 2 aber auch in der 64 GB Version nur mit 2 GB RAM und das ist schade. Für grundlegende Aufgaben reicht das natürlich dicke, aber üppiges Multitasking könnt ihr damit vergessen und das vor allem, wenn ihr plant, euch die Windows-Version des Tablets zuzulegen. Zweitens, das Mi Pad 2 ist absolut ungeeignet für grafikintensive Anwendungen, wie zum Beispiel Spiele. Selbst Mittelklasse-Spiele wie Dead Trigger 2 sind eine einzige Ruckelpartie. Grund dafür ist, dass Xiaomi die Kühlung des Chips aber mal so richtig vergeigt hat. Man verzichtet hier auf eine Heatpipe und sogar Heat Spreading Folie. Der Resultat, der Chip wird zu schnell, zu warm, taktet sich herunter und ist dann nicht mehr wirklich zu gebrauchen. Und nein, ich übertreibe hier ganz und gar nicht. Ein weiterer Kritikpunkt ist, nicht auf den SOC zurückzuführen, sondern auf einen Sensor. Das Gyroskop funktioniert nämlich nicht richtig, beziehungsweise ist falsch ausgerichtet. Bei Getheriasing 2 ist die Steuerung zum Beispiel am Portrait-Modus ausgerichtet, das Spiel aber im Landscape-Modus. Somit ist das Spielen mit dem Gyroskop nicht zu steuern. Gleiches kann man auch in anderen Spielen beobachten. Wie sieht es mit der Software aus? Hat Xiaomi sich hier ähnlich viele Patzer geleistet? Leider muss ich diese Frage mit einem klaren Ja beantworten. Auf dem Xiaomi Mi Pad 2 läuft MIUI 7 basierend auf Android 5.1. Grundsätzlich gefällt mir MIUI oder MIUI auf Tablet sehr gut. Der Multitasking-Switcher zeigt standardmäßig Vorschaubilder der Apps an und die Settings-App wirkt deutlich übersichtlicher durch das zweispaltige Layout. Das alles würde mir echt viel Spaß bereiten, wären da nicht diese unsäglichen Bugs. Während meines Tests konnte ich immer wieder Abstürze mit Reboots beobachten, was natürlich ab und an auch Datenverlust zur Folge hatte. Weiterhin gibt es einen ganz nervigen Bug, der dazu führt, dass Icons doppelt auf dem Homescreen abgelegt werden. Auch sicherheitstechnisch hat Xiaomi noch Hausaufgaben nachzuholen. So gibt es auf dem Mi Pad 2 noch ganze zwei offene Stage-Fight-Lücken. Glücklicherweise gibt es aber oft Updates, sodass davon auszugehen ist, dass Xiaomi die Fehler bald behebt. Die Wireless-Performance fällt beim Xiaomi Mi Pad 2 zufriedenstellend aus, man muss aber ohne ein 3G-Modem auskommen. In WLAN-Netzen hatte ich zu keinem Zeitpunkt Probleme und würde die Empfangsleistung im Top-Niveau anordnen. Auch 5GHz-Netze werden problemlos erkannt. Bluetooth-Unterstützung ist ebenfalls mit an Bord, und zwar bis zum Standard 4.1. Auch hier gab es im Test keine Auffälligkeiten. Beim Klang dürfte das Xiaomi Mi Pad 2 für viele eine sehr große Überraschung sein, denn die beiden internen Lautsprecher klingen außerordentlich gut, was man ja aufgrund der geringen Gehäusedicke gar nicht vermuten würde. Euch erwartet hier ein extrem lauter Klang, wobei die Lautsprecher trotzdem nicht klirren oder übersteuern. Außerdem ist die Basswiedergabe recht ordentlich, somit benötigt man hier nicht unbedingt Kopfhörer, um Musik zu hören oder einen Film anzusehen. Natürlich klingen gute Kopfhörer trotzdem um einiges besser, und auch hier bietet euch Xiaomi wie üblich die volle Palette an Einstellungen, um den Klang fein zu tunen. So könnt ihr einen Sound Enhancer aktivieren, Presets für Xiaomi Kopfhörer auswählen und Einstellungen im System Equalizer vornehmen. Auch im Bereich der Kameras ist das Mi Pad 2 für ein China Tablet ungewöhnlich gut aufgestellt. Wir finden hier auf der Rückseite eine 8 Megapixel Kamera, die über einen Autofokus verfügt und überraschend gute Aufnahmen erzeugt, welche sich durchaus für Schnappschüsse eignen. Außerdem sehen 720p Videoaufnahmen, die damit erzeugt, werden recht gut aus. Die 5 Megapixel Frontkamera erzeugt ebenfalls recht gute Aufnahmen, leidet aber unter einem Bildrauschen und ein Autofokus ist nicht vorhanden. Der 6190 mAh Akku im Xiaomi Mi Pad 2 mag zunächst nicht beeindruckend groß erscheinen, doch in Anbetracht der geringen Gehäusdicke ist das schon eine ordentliche Kapazität. Noch beeindruckender empfinde ich allerdings, was Xiaomi aus dem Akku herausholt. Ein Teclast X98 Pro hat zum Beispiel denselben Prozessor an Bord, aber ein größeres Display, dafür aber auch einen Akku mit 8000 mAh. Trotzdem erreicht man dort nur eine Screen-On-Zeit von ca. 4 Stunden bei niedriger Bildschirmhelligkeit. Das Xiaomi Mi Pad 2 dagegen erreicht es hatte 9 Stunden und 4 Minuten Dauerbetrieb und das bei ca. 40% Displayhelligkeit. Im Alltag verwende ich das Tablet zum Surfen, Lesen von Mails, Managen von Social Media Accounts und am Abend zum Musikhören oder Videos ansehen. Und dabei reicht mir eine Akkuladung stets über 2 Tage hinweg aus. Das Aufladen dauert ebenfalls nicht lange, nach knapp 2 Stunden am Ladegerät ist der Akku wieder voll. Das Xiaomi Mi Pad 2 ist ein beeindruckendes Tablet und eine herbe Enttäuschung zugleich. Zum einen ist es beeindruckend, wie Xiaomi es mal wieder geschafft hat, solch ein edles und gut ausgestattetes Gerät in China zu einem Preis von 155 Dollar bzw. 180 bis 200 Dollar im Export anzubieten. Andererseits enttäuscht das Tablet aber durch unausgereifte Software und eine für mich unverständliche Modellauswahl. 16 GB plus 2 GB RAM und kein MicroSD-Slot, selbst für mich ein No-Go bei einem Tablet und ich brauche eigentlich nicht viel Speicher. Und die 64 GB plus 2 GB RAM Version schon besser, aber die 2 GB RAM sind eben immer noch ein Flaschenhals. Und dann noch das nicht vorhandene Kühlsystem, womit das Mi Pad 2 für Gamer unterm Strich völlig nutzlos wird. Meine Meinung, wems gefällt und wer nicht spielt, der kann hier definitiv zugreifen. Auch die Windows 10 Variante des Tablets dürfte hier für einige interessant sein. Lasst aber bitte die Finger von der 16 GB Version, ihr werdet damit höchstwahrscheinlich nicht glücklich. Auch wenn ihr gerne 3D-Spiele spielt, vergesst es, auf dem Mi Pad 2 ist dies nicht möglich, leider. Das war es dann soweit von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn noch Fragen offen sind, dann stellt diese doch einfach unten in den Kommentaren. Wenn euch das gefällt, was wir bei ChinaMobileMac.de machen, dann besucht uns doch mal auf unserer Webseite und folgt uns hier auf YouTube, Facebook, Google Plus und Twitter. Macht's gut und bis bald!